Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum Halbfinale von Resident Evil 3. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, es ist die vorletzte Folge. Ich habe ungefähr nachgeschaut, das Spiel wird noch circa eine Stunde gehen und wir werden das Ganze in zwei halbe Stunden Folgen aufteilen und dann wird morgen das große Finale online kommen. Ich finde es sehr schade, dass das Spiel nicht länger geht, weil ich finde, es macht unnormal Bock. Ihr habt es auch gefeiert, euer Support war einfach nur zu krank und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch erstmal bedanken, bei jedem Einzelnen von euch. Und ja, ich habe gestern wieder einige Kommentare gelesen, Resident Evil, VR-Brille, boah, hört mir auf. Wir werden das auf jeden Fall mal demnächst antesten, okay? Und ob ich dann bereit bin, werdet ihr sehen oder nicht. Alles klar, ich würde sagen, wir starten rein, lasst immer einen Daumen nach oben da. Danke für euren Support und jetzt geht's los mit dem Halbfinale. Jill hat das Nest 2 infiltriert. Eine Einrichtung von Umbrella tief unter Raccoon City in der Hoffnung, die Zerstörung von Raccoon City abwenden zu können. Sie hofft dort etwas zu finden, das die Regierung zum Eindenten bewegen könnte. Einen Impfstoff gegen das T-Virus. Jedoch wird diese bereits schwierige Aufgabe noch durch die scheinbar unsterbliche Kreatur erschwert, die sie immer noch verfolgt. Nemesis! Und ja, Leute, wir sind hier an der Stelle, wo es richtig hart werden wird, glaube ich. Und zwar, wir haben jetzt hier noch einige Sachen dabei, brauchen aber erstmal nichts nehmen. Wir können ja mal reinschauen. Langer Lauf. Ja, wir haben leider die Magnum nicht mitgenommen, aber haben die ganze Zeit Magnum-Munition gehabt, was ich erstmal gar nicht so gecheckt hatte. Okay, und jetzt geht's weiter. Mr. X will save the Endgegner Nemesis. Das ist ja schon klar wie Klosbrühe. Ich muss auf jeden Fall gleich was essen, Leute. Heute habe ich nicht so eine krasse Power, deshalb habe ich auch mehr Angst. Ich habe immer gemerkt, wenn ich mehr esse, habe ich weniger Angst. Wenn ich weniger esse, habe ich mehr Angst. Aber da, this is a cop is calling my name. Wow, was redet denn da die ganze Zeit? Was ist das denn hier? Oh mein Gott, oh mein Gott! Headshot! So, in die Fresse. Was haben wir hier? Flint-Munition. Also, Freunde, wie gesagt... Oh mein Gott, oh mein Gott! Egal was kommt mit morgen, kommt es safe, das Finale. Also, ja? Egal wie lange die Folge gehen wird, morgen kommt der große Finale mit dicke Behn nicht. Ah, what the? Hier können wir durch, nein. Okay, wir müssen jetzt wieder im Modus bleiben und rasieren. Nicht erschrecken, es ist nur ein Spiel. Die Türe öffnet sich, wir gehen hinein. Dort steht ein Typ mit einem linken Ei. Der liegt auf dem Boden, aber er steht nicht auf. Es ist der Doktor Nikolaus. Wuhu! Okay. Also, guck mal, was hier für Experimente gemacht wurden. Das ist mega interessant, das mal alles zu sehen. Die haben das bestimmt alles hier... Das war auch alles safe, was von der Regierung geplant, ne? Wie auch im echten Leben. Ähm, immer... Ach, du Scheiße, Digga. Also, ich... Ciao. Bringt uns eh nichts. Wir haben keine Magnum, aber stellen Magnum-Munition her. Ja, GG ist in den Chat. Geil. So, wir sollten eigentlich alles haben. Es liegt hier... Hä? Es scheint irgendwas noch zu liegen. Denkt da, Leute, wenn da immer steht, dass was rot ist, heißt es, wir haben noch nicht alles in diesem Raum erkundschaftet. Legen Sie zum Start der Impfstoff-Synthese die Rohstoffe in die Kammer. Oha. Ach, krass. Äh, ich tue einfach mal jetzt die Kräuter rein hier. Das steht bestimmt hier, ne? Ganz zufällig. Es sei zur Impfstoff-Synthese. Über die Rolle von Antigen und Advanzieren in der Impfstoff-Synthese. Leitender Forscher, Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvajun die Wirkung in solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Impfstoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit untereigener Veranlaborung aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus wird die Verwendung meiner neuesten Antigen und Antigen und Antigen zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. Digga, bin ich gerade im Physikunterricht oder was? Was wollen die von mir? Physik, Chemie ist das gerade hier. Okay. Also, ich glaube, wir haben jetzt alles hier erkundschaftet. Wir müssen jetzt nur noch den Impfstoff herstellen. Die Frage ist halt, wie? Hier haben wir auch nochmal einen Computer. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. USB-Stick. Okay. Aber warte mal, man kann ja manchmal noch diese USB-Sticks, kann man ja noch mal gucken. Vielleicht gibt es da irgendwas. Okay, ein im Nest zwei genutzter Notfallschlüssel erlaubt es im Falle einer Evakuierung geltende Sicherheitsprotokolle auszusetzen. Okay. Oh, das ist mir zu ruhig, Alter. Das ist richtig... Okay. Okay. Die Frage ist, wo es jetzt hier weitergeht, ne? Weil raus geht es nicht. Wir waren hier. Labor 1, da können wir gar nicht hin. Moment, wenn wir hier rausgehen, wir können hier nicht die Treppe runter, ne? Ich stecke da einfach mal einen USB-Stick rein. Schade. Das wäre es ja noch gewesen. Vielleicht müssen wir den USB-Stick irgendwo reinstecken. Reinstecken. Um zu gucken, was sich dort drauf befindet. Aber hat man ja eigentlich gerade gesehen. Falle einer Evakuierung. Also hier gibt es anscheinend nichts mehr. Ey, ging es da gerade doch weiter und wir haben den Weg übersehen? Ich fühle mich, glaube ich, echt ein bisschen blind. Oh mein... Oh mein... Gott. Warte mal. Ey, gerade kam die Musik von Mr. X. Habt ihr das... Habt ihr das auch gehört? Ja, wo soll es denn jetzt hier lang gehen? Oh mein Gott. Digga, es tut mir leid. Ich muss aber die Kampagne verwenden. Ich habe mich gerade wieder erschrocken. Ich glaube, ich bin komplett los. Es geht einfach hier runter. Oh mein Gott, hört ihr das? Hey Leute, bin ich gerade blind? Oder was zur Hölle geht hier ab? Ich bin doch hierher gekommen. Kann mir das jemand erklären? Unsere Aufgabe ist, nach der Antigenprobe suchen und nach der Art Juju-Juju suchen. Okay. Vielleicht... Aha. Okay, gut. Schwer aufgehoben. Einfach... Oh mein Gott. Oh nein, nicht diese Misskins da oben. Die sind so ekelhaft. Der brennt. Lass nach, haben wir noch eine andere Waffe? Andere Schuss? Gar nichts. Boah, ist das... Boah, ist das... Das ist ekelhaft. Das ist IT, sein Vater. Guck dir den mal an. Ekelhaft. Oh mein Gott. Der ist ja noch am Leben. Hab ich? Aua, geil, du Dickschädel. Und die stehen da wieder alle auf. Bruder. Wie schlucken die denn? Bleib doch mal liegen. Bruder, was ist das? Der schluckt ohne Ende, Alter. Ich hör noch ein Geräusch. Er lebt immer noch. Ey, sag mal, wollt ihr mich grad komplett verarschen? Jetzt reißt aber in seinen Rücken. Hier, Alter. Wenn er das jetzt noch überlebt, dann ist das ein Bug im Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist der hin? Der ist gut rückwärts zurückgeflogen. Sag mir nicht, der eine krabbelt. Der krabbelt ja immer noch. Ey, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Oh oh. Ey, das kann doch nicht. Oh mein Gott, da ist mein Mesha, Bruder. Facken mich diese scheiß Dinge ab, Alter. Facken die mich ab. Wieso krabbelt der immer noch, diese Kakerlake, Alter? Aua. Die krabbeln auf einmal alle. Ey. Das ist doch nicht wahr, ne? Ey, Leute. Was zur Hölle geht? Guck mal hier. Ich geb denen Headshots. Ich geb denen Headshots. Oh mein Gott, ist der auf einmal schnell. Bitte. Wenn eine gleich wieder. Wie viele Schüsse brauchen die, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dreh gleich komplett durch hier. Soll ich mal das scheiß Kraut hier? Meine Güte, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir haben ja wieder verschiedene Wege. Flintmunition nochmal. Sprengstoff. Oh mein Gott, Alter, Mann. Wäre ich mal direkt hier hingekommen? Nein. Ich hätte die alle direkt wegsprengen können. Egal. Wenn jetzt gleich noch einer von diesen scheiß Dingern kommt, können wir direkt die Birne wegballern. Aber Leute, habt ihr das gesehen, wie lange der scheiß Ding da am Krabbeln war? Das wäre ja nicht mehr normal. Labor 1. Was war denn unter mir? Unter mir war ja auch was. Ah, okay. Da haben wir schon mal Impfstoff Teil 1. Eine Antigen-Paube. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Oh mein Gott. Oh. Der Lichter hat irgendeine Musik. Hey, das erschreckt mich die ganze Zeit, ne? Heute bin ich so schreckhaft. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biosynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Genau das sind die. Unser Team nennt diese Exemplare Palle-Heads. Genau, wir haben die ganze Zeit gegen diese Palle-Heads geballert. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Palle-Heads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Ah, okay, okay. Deshalb sind die so stark, Alter. Wir brauchen auf jeden Fall Brandstoffe für die. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Hafenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerrate auszustatten, die in der Lage sind, Palle-Heads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sich evakuosieren können. Meine Güte, Alter, die schreiben ja manchmal. Was ist das für eine Musik auf einmal? Das wäre schon bei Akte X. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt safe runter. So, ich hoffe, gleich kommen wir mal diese scheiß Dinger, weil dann können wir die direkt verbrennen, Alter. Was ist das für ein komisches Klavier, die ganze Zeit? Ich sehe gleich eh schon, gleich kommt Nemesis. Das ist der Serverraum. Guck mal, was hier alles unter der Erde stattgefunden hat. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Bart hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem UiG-Divines kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu hätten. Die Adjuvans-Probe werden im Inkubationslager gelagert. Äh, Labor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore, aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Systese-Vorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Boah, jetzt hat komplett die Pandemie ausgebrochen, ey. Okay, Schießpulver haben wir. Gib mir Flinten-Munition. Ah Mann, warum Pistole? Ich wollte Flinte. Okay. Also hier oben haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir entdecken können. Oder ist hier noch vielleicht was? Aha, zum Glück sind wir hier langgegangen. Hier ist noch eine Kiste. Perfekt. Säuergranaten, Sauergranaten. Leute, kennt ihr, dass ich wieder nichts gegessen habe? Ihr könnt euch gar nicht konzentrieren, Alter. Mein Herz ist gerade so am Rattern, am Tattern. Ich habe richtig Panik, Alter. Ich habe mich schon wieder zweimal erschrocken gerade. Ich wollte mich aber eigentlich gar nicht erschrocken. Geistung nicht ausreifen. Bitte aktivieren Sie das Hilfsaggregat. Was? Hilfsaggregat? Okay, hier haben wir nichts. Das muss die Stromversorgung sein. Was ist denn das denn zur Hölle? Digga, was haben die hier für ein Unstall? Das ist krass, ne? Äh, äh, äh. Guck mal in seinen Mund, Alter. Äh, äh. Wie er geguckt hat, Alter. Katastrophe. So, wieder eine Kiste hier. Jawohl, das ist super. Erste Hilfe-Spray, das gefällt mir doch. So, wir können jetzt erstmal unser Leben komplett auffrischen hiermit. Haben dann noch zweimal gutes Leben am Start. Das ist wichtig. Und jetzt müssen wir das hier bestimmt einschieben, ne? Schieben, 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 schieben. Jawohl. Ey, manchmal kommt so ein Sound-Effekt. Das ist das Sound-Effekt für Nemesis, ne? Hört ihr das? Die ist... Ich fand wirklich, die erste Folge war so krass, wo wir reingestartet haben ins Spiel. Und auf einmal kam Nemesis, ne? Das war einfach nur zu krass, Leute. Okay. Wir machen weiter. Mal gucken, was sich hier hinter befinden wird. Ach. Du heilige Scheiße. Oh mein... Oh mein Gott. Guck dir mal ins Gesicht. Das ist Mr. X. Guck mal, wie viele Klone von dem gemacht werden. Das ist Mr. X. Ich schwöre es euch. Aus Resident Evil 2. Das ist seine Fresse. Ich schwöre auf alles. Und das sind diese... Diese Insekten-Dinge, Alter. Wisst ihr, was mich das erinnert? An Dragon Ball, wo... Was? Hätten die hier etwa produziert? An Dragon Ball, wo Sengoku in diesen Dingern war, Alter. Auf Namek. In diesen... Alter. Das sind Tyrants. Ich schwöre, das ist die Fresse von Mr. X. Ohne Witz. Alter. Wie krank, Leute. Die werden hier einfach... Das finde ich jetzt gerade mega heftig. Ohne Witz. Da ist er. Da ist er. Ich schwöre es dir. Das ist die Fresse von dem. Das ist Mr. X aus Resident Evil 2. Oh mein Gott. Guckt den euch an. Das ist mein Twitch-Emote. Auf Twitch habe ich diesen Typen als Emote. Was sind das hier für Babys? Wirklich. Es ist gerade unnormal krank. Unnormal krank. Guckt euch das mal bitte an. Einfach der Mr. X aus Resident Evil 2. Wie krank. Die haben den genommen und quasi... weitergemacht. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, Leute. Ich finde das gerade richtig krass. Das finde ich gerade richtig krass. Es darf nicht mehr von Nemesis geben, Alter. Ich schwöre mir vor, es gibt diesen Nemesis mal 100. Die ganze Welt ist am Arsch. Die ganze Welt. Ich stelle mir vor, die würden jetzt alle raus... Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Rakete wird safe hochgehen und alles mit in die Luft nehmen. Oh nein, Digga. Wieder dicke Köpfe da. Was ist das für eine Zunge, Digga? Ich würde sagen, hier können wir schon... schon einmal den hier machen. Einmal kurz ein bisschen brennen. Ah. Nein. Bruder, ich brauche jetzt meine Pumpkan dafür. Ach, kein Auge. Das ist ekelhaft, ey. Wir haben noch genug Leben, ne? Hier ist schon wieder eine Tür. Äh, eine Kiste. Was ist denn? Digga, eine Kiste. Irgendwas hat das zu bedeuten, dass wir die ganze Zeit nur diese Sachen bekommen. Zu 100%. 100% von... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade kurz weggeguckt. Ich gucke wieder. Ey. Ey, Freunde. Den müssen wir verbrennen, Digga. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Tut mir leid. Deshalb ist das jetzt gekommen. Ah, leck meinen Sack, Digga. Schau. Oh mein Gott. Dreck, die Fresse weggeballert. Alter, der ist so voll schnell auf einmal. Hallo. Auf einmal wurde er richtig schnell. Warte mal. Ist vielleicht Säure doch besser gegen die hier? Ist Säure. Digga, was? Verpiss dich. Okay. Also wir werden jetzt gleich, glaube ich, nur noch gegen diese Dinger kämpfen. Ah, der hat mich gerade so erschrocken. Wirklich. Ohne Scheiß. Jawohl. Ich glaube, hier haben wir... Ja. Das ist das Reagenzglas mit der Flüssigkeit aus Samenbeet. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankl, bitte erlauben Sie mir, meine herzlichen Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Okay? Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parisäritären Organismus in das Gehirn eines Tyrants einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin von solch einer brillanten Idee, beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbildung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbola-Richtlinien aussprechen. Indem sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen sie einen gefährlichen Präzedenzfallen. Und hier gehört das Wort? Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderungen und genug Proben, voraussichtlich natürlich. Können sie jedoch dasselbe für Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus, um zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat, in Deutschland. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem Auskunft schaffen, das sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel und Bart. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder zurück, Freunde. Wir können wieder zurück zu unserem... Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendein Glas gleich platzt wird? Krank, ne? Das war einfach Mr. X. Also der originale Mr. X. Das ist hier links. Das ist einfach der originale Mr. X. Guck dir seine Fresse an. Das ist er. Zu einem Millionen Prozent. Alter, die waren ja... Oh! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Guck mal, die machen parallel, die tanzen, die tanzen, die tanzen, die tanzen. Guck mal, die tanzen. Die tanzen alle. Was? Wieso? Wieso hat der das überlebt und die andere um mich? Wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Wenn ein Mr. X raus springen würde? Dann wär komplett vorbei, wenn auf einmal Mr. X rausgesprungen wäre Sagt mal ehrlich, stell dir mal vor Mr. X, als wäre es in Evil 2, wäre da jetzt rausgesprungen Das wär krass, Digga Oh nein, Digga Lass mich in Ruhe Ja, klebt doch weiter, juckt mich nicht Wir haben keine Munition mehr, oh mein Gott, keine Munition mehr Nein, war das der falsche Weg? Nein, das war der falsche Weg, bitte, darf nicht hochkommen Nein, verpiss dich Oh, oh, was mach ich jetzt? Kurz anballern und direkt weiter, direkt weiter Beste Taktik Ja, waren wir hier schon? Ich schwöre, ich war hier noch nicht Sterilisierungsraum Ah, wir könnten die, glaube ich, hier reinlocken Dann würden die sterben oder so, ne? Safe Irgendwas hat es mit diesem Raum hier auf sich Oder vielleicht, vielleicht brauchen wir den gleich noch Oh, diese Musik, Alter, richtig spannend, Alter Mr. X, aka Nemesis Ich schwöre, das ist einfach krass Wo ist denn dieser Scheiß-Forschungsraum? Ja, der ist hier drin Drin! Füll die Scheiße ein Jawohl Ah, bestimmt muss das zuerst rein, ja Zuerst der Schritt Unautorisiertes Material erkannt Warte mal Kann man jetzt jemanden erklären? Wir haben doch hier Antigenprobe Reagenzglas mit Flüssigkeit Oh nein, wir hätten das Safe irgendwo noch sterilisieren müssen Oder irgendwie sowas, oder? Okay, lass Ich glaube, wir müssen da nochmal schauen Weil wir haben irgendwas übersehen Ich weiß gerade aber nur nicht, was Ruhe da Ich weiß nur nicht, was wir übersehen haben Wir gucken einfach mal gemeinsam Lass uns das gemeinsam rausfinden Ich glaube, wir mussten Wir müssen schon in diesem einen Raum da was machen, oder? In dem sterilisierungsraum Verpiss dich, Alter, bitte Guck mal hier Also, wir waren ja hier drin gewesen So Wir waren hier die Treppen hoch Wir waren da rein Inkubations Inkubationslabor Okay Da können wir aber nicht hin Ich glaube schon hier Ich glaube schon hier Wunderbar Muss irgendwas hier mit zu tun haben Stärkbar Kombination mit einem Antigen Antikörperproduktion Ich glaube, wir haben Irgendwas Oder War das hier, wo wir herkamen Mit Mr. Ich glaube, wir kamen her Mit Mr. X oder so Nein, kann das sein Und ich glaube, wir müssen wieder zurück Zu dem einen Raum Boah, ich bin ihm einfach ausgewischt Habt ihr gesehen? Wofi Wir haben irgendwas übersehen, Leute Lasst uns das gemeinsam rausfinden Wir werden es rausfinden hier Mann Das kann doch nicht sein Alter, Mr. X da rechts Macht mir übel Angst Ich hab so Flashbacks Habt ihr auch so Flashbacks? Bestimmt ist das grad übel einfach Aber ich hab's einfach übersehen GG's in den Chat Das kann ja nicht sein Dass wir nicht da hinten hin können Safe hier Oder hier muss noch safe Was gemacht werden Aha 100% Das kann nicht sein Aha Scheiße Hä Oh mein Ich hätt das einfach nur Kombinieren müssen Ich fick mein Leben Bis gleich, Freunde Hey Okay, Leute Und da sind wir endlich wieder Ey, meine Güte Ich hätt's einfach nur kombinieren müssen Ey, ich krieg zu viel, Alter Wat ein Fehler von mir So Gucken, was jetzt passieren wird, Leute Ich bin gespannt Okay Warte mal Meine Güte Müssen wir müssen die Temperatur Ah, okay Müssen die Temperatur im gleichen Takt halten, Leute Oder was ist das für eine Scheiße hier Low Oh, 40, 40, 20 So Ey, man geht jetzt wieder zurück Bruder Was wollen die von mir, Alter Ey, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr in der Schule habe Diese Physik Success Jawohl, Uwe Ich hab einfach überall was gedrückt Das hat geklappt Ja 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 Ja, super Was bringen wir jetzt Eine Dose Impfstoff Ja, und was sollen wir damit Soll ich damit Guck jetzt, Mr. X Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Woher kommt der denn her Alter Ja, klar, Bruder Wenn die das überlebt, ne Das will ich mal sehen Aus der Anlage fliehen Und genau das Machen wir dann Morgen beim großen Finale Morgen wird es das Finale geben Wo wir aus der Anlage fliehen Wo wir vielleicht nochmal gegen Nemesis kämpfen Schaltet morgen alle ein Nimmt heute auch das Halbfinale auseinander Nimmt den Like-Button auseinander Wir sehen uns morgen wieder, Leute Beim großen Finale Ciao Wir sehen unsBir Bis zum nächsten Mal Rhein child schützt пес Ur Ai G UV нев ir